Mein Name ist Kedlbacher Gutfried, bin Diplomkrankenpfleger in der Landesklinik St. Zeit. Bin schon 30 Jahre hier im Haus. Hab begonnen, als Diplomkrankenpfleger ganz normal am Bett zu arbeiten. Hab dann 22 Jahre die Stationsleitung auf die Interne Badia gemacht. Und seit 4 Jahren arbeite ich in der Übergangspflege. Hab 2014 die Zusatzausbildung zum Kontinenz- und Stoma-Berater gemacht. Was für mich eine sehr, sehr interessante Tätigkeit ist. Man lässt sehr irrsinnig gut kombinieren mit der Übergangspflege. Übergangspflege bedeutet, dass wir Patienten bei der Entlassung begleiten, unterstützen und nachsorgen können. In der Übergangspflege ist es dann sehr günstig, dass ich noch die Patienten zu Hause weiter betreuen kann. Auch in der Stomaversorgung. Zu Hause sind andere räumliche Situationen. Dann ist die Familie dabei. Familientschulungen mache ich auch gemeinsam mit dem Patienten, sodass er sicher ist in der Selbstversorgung. Ich bin sehr froh, in der Landesklinik St. Zeit arbeiten zu dürfen. Man kann sich mit vielen Sachen spezialisieren. Und wir freuen uns immer auf neue Mitarbeiter, die sehr motiviert sind und sich auch für neue Aufgaben interessieren.